Ah, hier ist es! Stirb, du Hure! Wieso stirbst du denn nicht? Jetzt ist er gestorben. Jetzt ist er hinterher gesprungen. Schön, 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 schön. Warte, das entsteht zu viel. Mit allen. So, ich bin's übrigens nicht. Das weißt du noch nicht. Ich bin Trader, ich bin Trader. Ich bin Detective, 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 Detective. Wer ist denn? Wer ist denn? Nee, Jay ist das, Jay ist das. Neh mal lieber die Shotgun, ich trau Jay nicht. Peter, du Hure, hau ab. Ja, Bram, du sowieso. Wer schießt da? Wollte man die Fensterscheinen kaputt machen? Wer schießt denn da? Ja, ich hab geschossen, ich hab in die Luft geschossen. Du hast nie in die Luft geschossen. Ja, stimmt, ich schieß mit der Shotgun auf 3. Das ist noch da. Willst du direkt wieder Negativpunkte machen? Vor allem, ich schieß mit einem Schrotz. Hast du grad das N-Wort gesagt? Ja, hat er. Ja, da hab ich grad tatsächlich das N-Wort gesagt. Wer ist alles im Leuchtturm? Hast du doch gesehen, dass ich in die Luft geschossen habe? Ich schieß doch nicht mit einer Shotgun auf 3 Meter an jeden Bombo, ey. Sepp ist die Hilfe. Ja, und jetzt? Wenn ich nicht töten wollen würde, würde ich das schon längst gemacht. Hat jemand einen Goldblock? Hat jemand einen Goldblock, holt man einen Goldblock. Der Traitor hat das schon weggesnackt. Davies, hast du grade gefragt, wie viele Traitor wir sind? Bist du Traitor? Oh, das hat er sich aber derbe versprochen. Ich bin für Jay weggesnackt. Ich bin für Jay weggesnackt. Oh, jetzt hat er sich schnell den Goldblock gesnackt. Leck mich. Dennis ist es. Ich hab den Goldblock. Ja, ich bin Detective, du Lutscher. Alles klar. Alter! Ich war das nicht! Irgendjemand ist tot. Der Shotgun. WTF? So, Bram, check mich bitte als... Das kann er ja nicht, das kann er ja später. Er hat gerade denn geschossen. Bram, ich möchte als erstes gecheckt werden. Peter hat doch ne Shotgun. Ja, ich hab ne Shotgun, ja, aber ich war da... Okay, Hadi ist tot. Dann ist Christian, Christian muss es sein. Christian war der Einzelne, der neben Hadi stand. Sicher? WTF? Ja, Christian war der Traitor. Okay, dann ist Sepp der andere. Wo ist Sepp? Wir können trotzdem hier kurz... Ja, gut, check, 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 schnell. Alles klar, lass raus. Wo ist Chris? Alter, Chris ist hier! Ah, Sepp ist hier! Hilfe! Lass mich raus, lass mich raus! Der ist rechts um Ecke, rechts um Ecke. Ah! Boah, ich hab noch eine gegeben zum Schluss, Sepp. So, hab ich den Arsch gemacht, den Arsch. Damn, ey. Sorry, Chris, tut mir leid, dass ich noch gestehen hab, aber ich hab mich voll erschrocken, ohne Scheiß. Aber du hast keinen Namen gesagt, oder? Nee, aber ich war halt schon tot, als ich Alter gesagt hab, der hätte ja davon kommen können, weißt du? Ja, eben. Hätte ja keiner mitgekommen, dass du gestorben bist. Ja, eben. Weil du kannst Leichen durch die Gegend tragen. Ja, wobei, wir haben die Schüsse halt gehört. Aber, na gut, ich war trotzdem maximal verwirrt, einfach nur. Ja, ich auch. Geht das hier mal weiter? Ja, geht doch. Wobei. Geht das mal weiter! Komm mal ab, geh du erstmal durch. Bist du raus da? Ja! Ja! Das war ein harter Röpser, Junge, Junge. Ich bin grad Auditiv vergewaltigt worden. Halbstein hab ich davon bekommen. Wow. Auditiv vergewaltigt worden. Alter, was ist denn hier neben mir? Ich bin innocent. Du weißt das doch nicht, hör auf das zu sagen. Detective. Ich bin innocent, Hadi neben mir, Hadi neben mir! Alter, was willst du von mir? Ich bin Detective schon wieder. Mach mal nicht so ne Palava hier. So ne Palava. Chris? Christian ist im Leuchtturm? Chris und Wex. Chris und Wex. Chris und Wex. Ah! Hier sind's! Stirb, du Hure! Wieso stirbst du denn nicht? Oh, lol. Jetzt ist er gestorben. Jetzt hinterher gesprungen. Oh, nein! Wie hat der Ding gefällt? Alter, hab ich auf die Fresse bekommen, ey. Wer schießt denn da oben? Da hat noch jemand geschossen. Ich hab den Traitor-Tester aktiviert für euch. Das ist nicht gut. Ich stehe hier echt ungünstig. Alter, wer ist jetzt hier alles weg? Alter, wer ist jetzt hier alles weg? Ja, was geht ab? Christian, wer war hier noch? Du bist doch nicht tot. Wo bist du denn? Ich werd' euch alle holen! Wer ist der Jay? Alter, ohne Scheiß! Sepp oder Chris, wer ist von euch Traitor? Wir waren's beide nicht, weil wir beide nebeneinander standen. Sonst hätt' der mich schon umgeholt. Ich glaub den Goldblock schon dahin geholt. Ja, das heißt nix. Das heißt genau. Das hat Jay in der ersten Runde gemacht. Das heißt, dass du deine Falle wieder aufbaust. Genau. Was ist denn für ne Falle? Alter, einer von da ist Traitor. Passt auf ihr beiden. Ohne Scheiß. Passt auf. Ohne Scheiß, passt auf. Ohne Scheiß, passt auf. Ohne Scheiß, passt auf. Ohne Scheiß, passt auf. Ohne Scheiß. Der Innozente sollte den anderen abschießen. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Also wo ist Sepp? Ich seh ne ganze Menge nicht mehr. Ja, ich bin neben Christian, du Arsch. Pass auf. Einer von euch da beiden ist Traitor. Christian oder ich, oder was? Ihr dürft dem nicht vertrauen. Ja, wir dürfen dir nicht vertrauen. Ohne Scheiß. Ich bin nicht beim Leuchtturm. Ich bin am Leuchtturm. Jay hat sich extra ne Sniper jetzt geholt, damit er uns beide wegrotzen kann. Ich hab's nicht. Alter, ohne Scheiß. Der Innozente sollte den anderen abschießen. Das ist mein toller Ernst. Wieso reden ja eigentlich nur noch drei Leute? Oh. Ja, weil alle anderen tot sind. Jay hat ihn gesnackt. Weil Hadi hier noch irgendwo ist. Ich weiß noch nicht, wo der ist, verdammte Scheiß. Ich schieß jetzt nicht rein. Hadi ist direkt gestorben. Jay labert nur Scheiß hier. Alter, okay. Christian, wo bist du hin? Christian, bitte. Wenn du Innozente bist, töte Sepp. Tu es. What? Alter, ihr seid beschossen. Hadi schießt doch nicht vom Nenner-Ding. Tötet den anderen, das ist Sepp. Wer von euch ist so... Ich schieß doch nicht. Einer von euch ist der Traitor, Mann. Alter. Wer ist denn am Leben? Der Innozente muss den anderen von euch beiden töten. Mein Gott, Christian, ohne Scheiß. Es kann nicht wahr sein. Alter. Bist du so ein unglaubliches Stück Scheiße? Du hast keine Schnitte gegen Michael. Du hast kein Glitter-Sniper wie ich. Nee, ich weiß. Bin ich auch nicht. Aber ich werde die schon wieder wegkriegen. Nein. Jawoll! Nein. Wie er seinen Maul aufgerissen hat, ey. Mein Gott. Emotionen. Oh Mann. Christian, verdammte Scheiße. Ja, ich war Traitor, du Affenkopf. Christian war Traitor. Der hat eine Bombe geplantet. Ich hab den gekillt. Ist mir scheißegal. Weiß nicht. Okay, dann halt. Verdammt. Hauptsache, ich hab irgendeinen angeschnauzt. Ja. Ohne Scheiße. Ich war so sicher, dass es Sepp war. Ich will mal kurz dabei sagen, dass Sepp Christian dabei zugeguckt hat, wie er die Bombe geplantet hat. Wie er die Bombe geplantet hat. Alter. Oh mein Gott. Ja, ich hab ihn danach weggesnackt, weil ich gedacht hab, hä, what the fuck. Ja, alles klar. Wer hättest du mal auch was sagen können? What the fuck, Braun? Was geht denn jetzt mit uns ab hier? Alter. Ach, du hast mich gekillt? Ja, natürlich hab ich dich gekillt. Weil ich dachte, dass du... Ey, das ist ja wohl jetzt echt ein Scherz, oder? Sehr gut. Mann. Wie ping ich durch die Gegend? Ich hab am meisten rumgeschrien, weil ich versucht habe, die Leute zu überzeugen zu wirken. Ach, du hast Sepp gekillt? Ja, natürlich. Bin innocent. Und Hardy ist... Alter. 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 Hardy hat ihn gekillt. Ja, ich bin aber auch Detective. Ich bin... Alter! Wer schießt da auf mich? Ja, bla bla. Vom Arsch. Zepp ist... Zepp töten. Wo ist er? Ich hab keine Ahnung. Hardy war kein Detective. Mich verarschen. Hardy war kein Detective. Geht doch gucken. Hardy, wer ist der Detective? Der liegt hier. Hardy liegt da. Hardy liegt da. Hardy liegt da. Was schießt du auf mich? Seh, du Arsch. Ja, der... Der Bram ist innocent, man. Hä? Alter. Hardy wird doch... Jetzt! Und der andere ist Detective. Willst du nicht verarschen, du Traitor? Mein Gott, wie auffällig bist du denn? Der andere... So, der andere... Einer von euch beiden, da ist Traitor. Äh... Pete oder... Wo ist Bram denn? Pete oder Chris? Sie sind beide tot. Ich hab gerade Sepp getötet. Boah, wie... Wie bist du rausgegeben von mir sein? Das tut so weh. Unten war kein Goldblock. Lass doch einfach den Goldblock suchen. Alter, ohne Scheiß. Einer von euch ist tot ab. Ihr beiden macht das schon. Weißt du was? Ihr beiden macht das unter euch aus. Ja, ja. Ich bin innocent. Ihr beiden macht das unter euch aus. Ihr bekämpft euch jetzt bei dem Run-on-Run und dann ist gut. Und ich... Ja, in der Weise... Wichtigerweise liegen alle innocent Leute, inklusive Traitor und Detektiv um Johnny herum, wo der gestanden hat. Alter, Sepp hat gerade Bram und Hardy aufm Gewissen, ja? Und ich hab Sepp getötet. Ja? Dann würdest du mich verarschen, als ich jetzt wieder der Traitor bin, oder was? Wieso denn wieder? Du warst das doch noch gar nicht. Moment, das stimmt aber. Ne, war ich auch noch nicht. Ja, wobei, hast du nicht schon mal deinen eigenen Traitor-Typen gekillt? Ich weiß jetzt natürlich nicht... Ja? Ja, ich will aber jetzt auch auf Punkte spielen. Aha! Hat jemand schon den Goldblock gefunden? Aber mir ist das scheißegal, wer von euch... Nein. Ihr wisst ja, wer der Innocente von euch ist, der andere ist der Traitor. Ja, ja, gut. Alles klar, Christian. Alles klar, Jay. Ich will es halt nur sagen. Alles klar, Uwe. Das ist Christian für mich, den ich töten werde. Ja, dann mach das doch. Christian steht am Nether-Portal. Ja, schießt er auf mich. Schießt mich durch. Lol. Was ist passiert? Ist einer gestorben? Ist noch jemand da? Hallo? Was passiert hier bitte? Wird gerade mit einer Snap auf mich geschossen. Du Penner. Wo ist Jay denn? Der ist gerade in der Explosion in dem Haus gestorben. Ja! Ha ha ha! Habe ich es dir vorgesagt. Das war die lustige Gerunde. Ich habe es dir gesagt an Peter. Wieso glaubt mir die jemand? Sorry, Bram, dass ich dich kille, Peter. Voll gut, Peter. Ich denke immer, Christian ist Traitor, obwohl er innocent ist. Das kann nicht wahr sein. Nee Jay, du bist einfach zu skeptisch. Ja. Ich bin total auffällig, indem ich nicht andere Leute anschreie und die wegen einem Scheiß beschuldige. Ja. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Ich habe gesagt, einer von euch ist Traitor. Das macht ja auch Sinn, aber das hilft trotzdem nicht weiter, Jay. Oh, da schießt schon einer. Ja, Preparing-Moros. Bei mir steht Null. Ich bin Detective. Traitor. Wer ist die Detective? Ich bin innocent. Ja, bitte tötet mich, tötet mich. Ich bin Detective. Wie brennt hier gerade was? Ja, hier sind voll viele. Alter, das ist überhaupt gar nicht lustig. Das ist alle auf einem Fleck. Oh mein Gott, das ist nicht lustig. Hardy ist es. Hardy ist es. Hardy ist es. Jay ist es. Jay ist es. Oder ist es... Nein! Steht. Oh, das war eine schnelle Wunde. Alter, haben die die Schottie genervt oder was? Das war die plötzlich geschossen. Nein, aber du hast halt schlechtes Karma schon. Krass, lol. Ein bisschen. Ja, aber ich muss dann direkt auch mitmachen. Oh, gut. Aber trotzdem, ey. Kann schon reichen für den Headshot. Ja, ja. War aber schnell tot, ey. War Feierabend. Ich hab dir nämlich voll krass einen mitgegeben. Ich glaub, das war die kürzeste Runde ever. Ich war aber auch voll nah an Christian und ich dachte, mit einem Schuss wäre der weg gewesen. Aber... Ja, Hardy und dann standen ja nur noch drei andere. Ja gut, Jay war noch dabei, ne? Ich glaub, das ist auch nicht die beste Taktik, wenn man mit allem, man zusammensteht, anfangen zu schießen. Ja. Wobei doch, wir hatten das schon mehrfach, dass irgendwer einfach geschossen hat und dann einfach alle angefangen hat. Ja, aber da waren ein paar dann im Haus oder so. Ja. Dann verwehrt. Mittlerweile spielen wir das, glaub ich, schon besser als am Anfang, da war das ja ganz schlimm. Am Anfang haben wir auch die ganze Zeit gedacht, wir können uns detekten, irgendwie. Ey, ich benutze eigentlich immer nur die Bombe. Ja, wir haben da ja nicht, sondern fehlen halt noch so ein paar Kleine. Aber Leiche fecken in unserem Kram bringt ja noch nichts. So, ich bin detektiv. Wird schon geschossen hier? Ich bin detektiv. Ich hab den, äh... Ich hab den Goldblock. Ich hab den Goldblock. Wer ist das? Ich bin bei Jay. Mama, gib Gas. Ja, komm. Ich geh jetzt grad nach oben. Jay ist hinter mir, wenn ich sterbe. Alles klar. Da ist Sepp und hinter euch ist Christian. Hinter mir ist Christian. Ich bin schon hier. Ja, und Peter hat schon wieder... Ich bin schon hier. Okay, das ist jetzt schon... Das sind jetzt schon zu viele hier, ohne Scheiß. So, alle zurück. Ja, pass auf. Alle zurück. Ich geh da alleine rein. Geh rein, Hadi. Da ist schon einer drin. Ich geh raus. Ich geh raus. Ich geh raus. Ist alles okay. Ich geh raus. Schön draußen bleiben. Schön draußen bleiben. Wollen wir mal Zwist, äh... Streuen. Der Erste kann reinkommen. Der Erste... Rein da, Jay. Jetzt bin ich alleine mit denen draußen. Mach zu, Mann. Ja. Au. Der schießt. Alter, der schießt keiner. Lass mich da nicht draußen. Da passiert nix. Ah doch, jetzt. Alter! Oh mein Gott. Alter, was macht denn die Fluchkacke? Alter, Bram ist es. Bram ist es. Bram schießt auf mich. Das ist gelogen. Sepp ist es auch. Fickt euch alle! Ihr hässlichen Traitor! Peter! Peter rennt um sein Leben! Peter rennt um sein Leben! Ja, ich seh's schon. Lol. Alter. Wer schießt denn da oder wirft da? Okay. Oh Peter, wo ist der hin? Wo ist Peter hin? Der ist im Leuchtturm! Nice! Oh! Oh! Jawohl! Jawohl! Alter, Hardy! Oh du scheiß, du blödes Frettchen! Das tut mir echt voll leid. Ich dachte, ich müsste den Knopf drücken. Welcher Knopf muss ich drücken? Ich dachte, ich wusste nicht, dass ich den Schalter betätigen musste. Dann killte er den erstmal alles teilen. Ich hab mich voll erschrocken, als die Klappe unter dir auf einmal. Ja, ich hab den falschen Klappen. Oh, okay. Ist der Hammer. Scheiße, ey. Oh je. Oh Gott. Ja, du hast den einfach. Kann ich mehr, ey. Schießt da einfach in alle Personen rein, ja? Macht voll ein Verderben. Wer, ich? Das wird doch mal was Neues in der Mannschaft auf null Karma zu kommen. Dann machst du aber gar keinen Schaden mehr. Ich glaub, du wirst vorher schon gebannt oder sowas von den Servern. So automatisch. Ach, das ist ja lame. Zumindest auf manchen Servern ist das so... Verwitzig, wenn ihr auf die rumballern könnt und ich mach dir keinen Schaden. Hättest du einen Minuspunkt? Hättest du einen? Äh. Äh. Klar kriegst du mich. Alter, hier sind drei Leute im Dingens. Kann ja nicht, weil ich... Detektive, Detektive, Detektive. Innocent. Ich bin am Leuchtturm. Hau ab, Bram. Wo seid ihr? Wag es nicht, Hadi, mit deiner Akut. Wo seid ihr? Alter, Alter, Alter. Alter, mit Shotgun... Alter, Alter, Hadi! Guck mal! Die Väter voll... Voll ausrastet, ey. Das... Alter! What the fuck! Irgendjemand an eine Granate... Hammer nice. Alter, das hat aber ganz schön weh getan, ey. Oh, kam die um vom Leuchtturm? Kann sein. Da hat der noch... Da springt einer! Jay is it! Jay is it! Jay is it! Auf jeden Fall! Wo ist Jay denn? Alter, was war das? Ich glaub, sie verkracken... Peter, du hast doch gerade mit dem Sniper geschossen, oder? Ich dachte, hier wär Jay. Lol. Ich komm da nicht mehr hoch! Oh oh. Ich glaub... Wer lebt denn noch? Ich glaub, Bram war ein Traitor. Ich glaube, Bram war ein Traitor. Ich lebe noch. Ah, Jay. Ja, aber wer lebt denn noch? Du lebst auch noch, Peter. Ja! Lass mal irgendwo treffen. Aua! Alter, bist du behindert, Peter, du Wichser! Okay, du bist du keine Nutte. Alter! Ich treffe dich nicht! So. Wer ist es denn noch? Weiß ich nicht, wer lebt denn noch? Ah, guck mal da! Christian, hallo! Du bist es wahrscheinlich auch du keine Nutte. Nein! Ja, ja, ist klar. Wer lebt denn noch? Okay. Kannst du ja gerne töten, du hast ja schon, du hast ja noch genug Punkte. Fick dich! Wer lebt denn jetzt noch? Fuck! Ich habe keine Ahnung, wer da lebt. Das steht bei allen Terrorists! Oder derjenige, der noch lebt. Feierabend. Ich glaube, du bist der Letzte, der lebt. Du hast deine Bombe geplantet in dem Ding. Ja, dann verreck doch da doch. Ja, genau! Ich habe eine Bombe geplantet und krabbelt an den Leuchtturm hoch. Wie lebt denn hier sonst noch einer? Macht voll Sinn. Aber alle, aber ansonsten sind alle still. Ich glaube, ich muss dich töten. Sorry, aber... Ja, mach's das mal. Ja, mach ich jetzt auch. Ja, mach doch. Na komm, wo bist du denn? Dann wirst du feststellen, dass du dann... Ja komm, wenn du dann... Du bist der Traitor. Wenn sich, wenn sonst keiner... Du bist der Traitor. Wen habe ich da gerade gekillt? Wen habe ich da... Wen ha... Adi! Ich habe Christian gekillt. Du bist so eine Hure, Jay. Wegen dir habe ich jetzt Minuspunkte gekriegt, du Assi. So ein Wichser einfach. Oh Mann, ey. Ich dachte, du kriegst dann den letzten, der lebt. Der ist doch richtig scheiße jetzt. Oh Mann, dann habe ich sogar deinen Job für dich erledigt. Ja, das ist total nett gewesen, Hadi. Finde ich total klasse. Ja. Und ich weiß, ich... Hörst du das eigentlich schon piepen? Wir können... So. Ihr hatte einer... Außer man hat vorhin schon gesagt, dass Jay es ist. Das habe ich vorher die ganze Zeit gesagt. Äh. Es war ärgerlich. Ich habe diese erste Granate nicht runtergeworfen. Aber dann habe ich noch gedacht, okay, ich werfe noch mal eine runter. Und dann kam die Idee... Dann bist du runtergefallen. Ja, der kann hier vom Leuchtturm gekommen sein. Nee. Dann bin ich halt schnell runtergesprungen, als Bram die Idee hatte. Und dann hat er mich gesehen. Und wer hat mich denn so von der Klippe gerossen? Ja, ich habe... Ich habe leider nicht mehr ganz mitgedacht. Aber ich wusste den anderen nicht. Als du gesagt hast, Jay ist es. Oh nein. Da habe ich... Als er tot war, habe ich gedacht, das kann nur noch Christian sein. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich Peter ja schon abgeknallt habe. Und der war ja schon. Peter war der andere. Ja, ich war der andere. Ja, ich war der andere. Ja, ich war der andere. Oh Mann. Habt ihr wieder alles vergessen? Ja. Aber die Folge hat es echt schon wieder in sich. Ohne Scheiße. Machen du Scheiße. Das wird das, dass ich die Klappe aufgemacht hatte, fand ich bis jetzt am witzigsten. Innocent. Innocent. Da kommt der Detektiv an. Ich habe noch nie einen Goldblock gefunden. Komm, Christian. Komm, Hadi, wir gehen jetzt mal in das Häuschen rein. Aber du machst nicht die Klappe auf, bitte. Lol. Ja? Ja, ja, mache ich schon nicht. Habt ihr schon den Goldblock? Wer ist? Wer ist alles an dem Haus? Ich noch nicht. Ich renne auch da drunter rum. Ja komm, man teste jetzt doch mal. War das der Schalter? Na ja. Hadi ist safe. Hadi ist safe. Ich bin auch hier oben. Hadi ist safe. Den habe ich gerade getestet. Ich komme auch ohne Waffe rein. Ja, bestimmt. Das hat letztes Mal so scheiße geklappt. Ja, ich puste. Ich will das außerdem Detektiv da alle rausgehen. Nee, Hadi ist safe. Bram, bricht deinen Arsch da rein. Nee. Ich wollte gerade sagen, Bram, da ich safe bin, gehst... Hier tickt eine Bombe, Christian, raus hier. Peter, Peter hat eine Bombe. Peter. Ich habe keine Bombe. Oder Peter eine Shotgun. Peter hat auf jeden Fall eine Shotgun. Ja, eine Shotgun habe ich ja. Ich habe eine Bombe. Nein, Peter kam von unten. Wenn Hadi gerade sagt, da ist eine Bombe. Ich habe doch vor allem gesagt, dass ich noch unten bin und den Goldblock sucht. Ach, die haben den Goldblock schon. Die haben den doch schon. Peter hat sich selbst verraten. Ja, halt klar. Peter ist da unten. Christian, jetzt gehen wir da weg. Peter ist da unten. 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 Ach, mach ich auch. Peter ist da unten. Peter ist da unten. Peter ist da unten. Weil du da unten unten rumgammelst am Traitor Room. Also Peter ist da unten. Ja, natürlich ist da der andere Eingang kaputt. Ey Christian, du bist doch Detective. Sag doch einfach, die sollen hier alle hinkommen. Wer nicht kommt, den Eingang erschaffen. Moment, Christian. Hast du schon Hadi getestet? Ja, Hadi ist safe. Alles klar, dann sind's Chris, äh Quatsch. Dann sind's Sepp. Quatsch, der versteckt sich da oben auf dem Leuchtturm, weißt du. Und tut die ganze Zeit nichts. Bram schießt auf mich, der ist unten am Traitor Room. Ja, natürlich schieß ich auf dich. Du schießt die ganze Zeit auf mich, du Lutscher. Weil's Sepp und Bram sind. Ja, warum bewegt ihr euch nicht einfach hier und lasst euch testen, ihr Mongos, ey. Ja, ich kann ja nicht. Dann knallt Jay uns ja ab. Ja komm, Bram, Christian, du bist der Detective, dann sprichst doch mal an Machtwort. Alter, schieß du bitte mal nicht auf mich. Alter, du schießt auch auf mich. Wenn du einfach hochkommen könntest, Bram. Ja, richtig, schieß auf mich. Der schmeißt Granate vor, sie brennt. Der schmeißt ne Granate. Und ich weiß nicht, wo Sepp ist. Ich kann da nicht hoch, ohne getroffen zu werden. Ja, Christian, du bist der Polizist, du musst aus Machtfort sprechen. Sepp ist bei mir, Sepp schießt auf mich. Sepp ist bei mir. Sepp ist bei mir. Na gut, du schießt. Sepp, du Ficker. Verrecke. So, Sepp ist Traitor. Ja, ist das okay? Tapp drücken, Bram töten. Danke. Ja, aber Bram kommt grad hoch. Pass auf, der ist grad da. Töte dich. Ja, pass auf, der ist in den Leuchtturm rein, du Mongo. Ach, der ist bei mir. Oh, komm, Bram. Komm, mein Mäuschen. Ah, bist du da irgendwo? Pläntest du grad ne Bombe da hin? Da brennt alles unten auf dem Boden. Da kommst du eh nicht hoch. Du bist eh schon zu tot. Du musst ein bisschen vorsichtig sein, Christian. Nicht, dass der hier gleich einen von uns wegsnipe. Ja, der Bram ist schon so krass tot, der kann gar nichts mehr reißen. Ja, ich glaube auch, dass der Bram das ist. Ja, Bram ist es. Christian, jetzt bleib doch hier. Lass dich doch nicht locken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaub mir nicht locken. Du glaubst mir, ja. Du kannst ein Radar kaufen. Jawohl, nice. Sehr gut. Ich bin richtig gestorben. Wo warst du, Danny? Irgendwas ist explodiert. Ich war ganz unten im Leuchtturm. Ich hab ne Granate runtergeworfen. Und hab da die Bombe gefüllt. Schieß du mal bitte nicht auf mich. Du warst nämlich eben noch voll, Danny. Ach, das war schon. Oh, das war doch sehr schön. Oh, das ging auch schnell. Allerdings. Das ging schnell. Dann vielen Dank für das Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mami. Tschüss.